R-E-W-R-N-S-I-D-E-T Gimme a gimme a gimme a gimme Ja, da war's G-Mode, willkommen! Warum mutest du dich nicht, Junge? Hallo Stegi, guten Tag, hallo Palle! Hallo! So, wir spielen eine Runde Hackbox, habe ich gehört. Echt? Ja? Möchtest du G-Mode haben? Ja, ich kann mich selbst G-Mode setzen. Was? Du kannst das noch? Hä? Ja! Was, hat mir das denn nie weggenommen? Nein! Ja, schön, dann fang mal an. Ja gut, ich mach einfach mal. Kann ich nicht hier auch Slash-Block oder so? Wie Slash-Block? Kann ich die Map nicht auch kaputt machen? Achso, Slash-Bild kannst du machen, ja. Slash-Bild. Dann musst du deinen Namen da hinschreiben, genau. Aber das wär's vielleicht für den Anfang eventuell. Leute, wir spielen wieder eine Runde Hackbox. Mit dabei ist heute Palle. Hallo! Das ist dein Team. Kommt, wir tun erstmal so, als würden wir ganz nett... Jetzt kann ich seinen Block nicht abbauen. Ja! Wir spielen so legit wie der Rest an meinem Server. Guckt, Palle. Ja. Alle spielen hier mit Hacks. Scheiß-Server. Auf geht's, Leute. Kommt, Premium. Schnell. Warum sind die so schnell? Was denn? Oh mein Gott. Warte mal, das geht so nicht. Aber, hä? Hallo? Der ist nicht runtergefallen. Ja, nur ein Knockback wahrscheinlich. Nee doch, geht's da. Ah, der hat sich gekennet. Er hat sich überlegt. Alter, jetzt krass. Peinlich, peinlich, peinlich. Stegi hat sich ja zum Glück gemütet. Leute, wir werden jetzt heute auf jeden Fall hingehen und einfach mal ein bisschen hier die Spieler trollen und so weiter und so fort. Ich werde den Hackbox-Command natürlich jetzt später einsetzen. Damit das Game Rückwirken natürlich nicht erzählt. Aber Palle, du darfst dich heute nochmal komplett ausleben hier. In deinen Zielen, ja? Ich kann mich kaum konzentrieren, weil ich eben nach langer Zeit wieder mit Stegi geredet habe. Und es war schön. Und es macht schon einiges aus, oder? Ja, ja. Stegi ist extrem süßer Boy. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen traurig, dass er nicht da ist. Ja, der kommt ja wieder bestimmt. Der wird ja wieder kommen. Der hat nur keinen Bock mehr in der Aufnahme zu sein, dann kommt er wieder. Weil der muss ja selber ganz viele Videos machen. Sicher? Ja, 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 der, der. So, wir haben da noch diese ganzen Tools hier. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt, Leute. Hackbox, warte mal. Was für Tools? Wieso das für Tools? Was war das? Slash Harry Potter? Nee, Slash Harry Potter. Wie war denn das nochmal? Slash Edgar? Oh, unbekannter Befehl. Slash Harry Potter. Wie war denn das nochmal? Nee, warte mal. Ich weiß es nicht. Aber ich habe ein Schneebeln. Hätt ich nicht sowieso Slash Hackbox eingeben müssen, damit alle Leute bescheidlich sind? Ach ja, ja, stimmt. So, jetzt gehts los. Auf gehts. Ja, yeah. Kann ich jetzt hier? Awada Kidara? Warte mal, warte mal. Jetzt gehts wieder. Oh, Schneebeln, Alter. Da ist aber ein Fehler im Programm. Wieso? Das stand Hackbox präsentet bei Rebi und Sturmwaffel. Wer ist denn Sturmwaffel? Ja, den kennst du. Also, ja, das ist schon was länger her. Palle, willkommen bei Hackbox. Mensch, schön, dass du dabei bist. Kann ich das hier mitmachen? Ja! Awada Kidabra, geil! Awada Kidabra! Awada Kidabra! Awada Kidabra! Boa, nimm dir auch so einen Stock, Palle. Hier, warte, ich geb dir eins. Was, doch hier haben Menschen in Ruhe? Komm, nimm dir einen. Nehm dich aus, Alter. Nehm dich aus, geil, Alter. Awada Kidabra, wuhu! Okay, jetzt gehts los. BAM! Kann ich nicht treffen von hier? Äh. Oh! Nein! Nein! Stopp! Ich will! Nein! Nein! Oh! 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 Wegיתי! Bitte Palle! Bitte Palle! Nicht machen! Nicht so machen! Stirb! Du stirbst! Und... Wir長DD. Ach, unser Bett ist tatsächlich weg. Warte! Gib dem einfach den Awada Kidabra Stap! Weil hier etwas eine gute Idee ist… acs La-T tác. Ja. Toll. Sehr gut. Hallo. Ja, der macht das noch, der gewinnt die Runde. Ah, ey! Ich dachte erst bei uns. Ist der nicht in unserem Team? Oh, scheiße. Na ja. Komm, Palle, worauf hast du Lust? Hast du Lust auf TNT? Ja. Okay, pass mal auf. Lass es mal hingehen. Wollen wir Freunde sein? Hallo. Ah, mit dem TNT kann man hier im Bedrock gar nichts zerstören. Das geht ja gar nicht. Pass auf, dann. Oh, doch, das TNT zerstört ja wohl was, weil wir im Bildmodus sind. Ja, moin. Okay, dann machen wir erstmal die Insel hier weg. Dann machen wir erstmal die Insel hier weg. Ja, okay, machen wir. Ja, das hört sich. Ist eine solide, solide Sache. Macht gar nichts kaputt. Doch, aber, ne, macht es was kaputt? Ne. Ne, toll. Super, Rebi. Aber gut, aber gut. Egal, dann bauen wir die Insel einfach per Hand ab. Oh Gott, dieser Sound. Du hättest es ihm nicht geben sollen, Palle. Du hättest es ihm nicht geben sollen. Ja, aber wer hat den denn? Ich weiß nicht, irgendein Spieler hat den. Das ist keine gute Idee gewesen. Das ist keine gute Idee gewesen. Oh, aber ich glaube, der ist gerade draufgegangen. Ich baue jetzt hier einfach die Insel ab. Der stört mich die ganze Zeit schon. Der hat mich immer schon gestört. Oh, ihr habt kein Bett mehr, Leute. Was ist los bei euch? Oder baue ihr ein neues Bett aus Lava. Ah, ja, okay. Ja. So, Palle, dann zeig mal deine diabolisch bösen Energie. Zeig mal, was du kannst. Ich bin so böse. Ich bin so böse. Ja. Das habt ihr davon. Ihr dummen, wie guter. Was? Was? Entschuldigung, das ist aus mir rausgeplatzt. Ich meine, ihr dummen Spieler. Oh Gott, die Arme. Nein, lauf. Lauf. Komm, du schaffst es. Gib mir Wasser, gib mir Wasser. Du musst ihm meine Chance geben, okay? Komm schon, wir löcheln dich. Bleib stehen. Hier, Bruder. Ist unser Neu... Oh Gott. Nein. Nein, nein, der Arme. Er war direkt wo. Oh Gott, okay, dann mit ihm hier. Komm, mit ihm spielen, weil es ein schönes Spiel. Okay. Können hier ein bisschen Wasser. Wo bist du gerade? Ja, hier, bei den ganzen Leuten. Okay, okay, okay. Lass uns den... Komm, wir bauen den was. Wir bauen dir was Schönes. Ja, ja, ich spiele den hier ein bisschen runter. Boah, das ist aber echt schon gemein eigentlich. Komm mal hier mit den Schneeballen. Ups. Wie kriege ich das? Das war ein One-Hits. Kann ich einfach so Schneeballen? Einfach Schneeballen nehmen, genau. Aber hoffentlich... Ach, die haben alle keine Betten mehr, ne? Außer Team Rot. Wir sind Lilla, achso, wir sind Lilla. Lilla. Okay. Was? Wie das? Boah, Junge. Alter. Das ist echt schon ein Schwertreiß, was du hier abziehst, ne? Aber ist das schon irgendwie befriedigend, oder? Ja, es macht schon irgendwie ein bisschen Spaß. Aber jetzt Team Lilla anzugreifen, macht ja wenig Sinn, weil das sind ja... Oh Gott, die sind umgefallen. Äh, ja. Ach nee, das ist Team Rot. Warte, aber es gibt noch irgendwo einen gelben Lone Survivor. Soll ich mir natürlich teleportieren oder suchen wir den? Nee, wir suchen wen jetzt. Okay. Wir suchen den. Wo wohnt der? Ha, hier ist er. Hallo. Oh, okay. Den müssen wir einfach... Blauen Survivor, Alter. Wir müssen den irgendwie equippen. Der kriegt seinen Schneeball. Komm mit, komm mit, komm mit. Lauf einfach, Conny. Komm, komm. Er kann uns trauen, er kann uns trauen. Ja, er kriegt auch ganz viel Enderpearls. Hier bitte. Warte, warte. Ich enchant ihn eine krasse Rüstung, okay? Warte mal. Ja, ja, er kriegt... Voll leer. Oh, Junge, er kriegt das das OP Exploration Equipment. Nein, da kommt jemand. Geh weg! Geh weg, dass du wegkommst. Hau ab, Alter. Weg mit dir. Lass ihn in Ruhe. Warte, wir müssen... Genau, genau. Gelber Lauf. Warte, so... Wir bauen ihn hier rüber in die Base. Komm. Genau, genau. Hier bist du sicher. So, jetzt bauen wir erstmal alles ab, damit hier keiner hinkommt. Und jetzt equippen wir den, okay? Okay. So, slash enchant, warte. OP ab. Event Sites. Äh, Protection. Guck mal hier, zack. Oh, was der alles bekommt. Protection 4. Und hier nochmal Protection 4. Protection 4 Schuhe. So, guck mal hier. Oh, Junge, der hat den schönsten Tag seines Lebens gerade, Alter. Ich sag es dir. Aber was ist, wenn er es nicht schafft? Er wird es schaffen, Palle. Er wird es zum Sieg führen. Okay. Er wird es zum Sieg führen. Hier ist ein Totem der Unsterblichkeit. Schatten es 5. Ja, gib ihm das auch. Ich habe Angst, dass er dann disconnected. Achso. Achso. Nein, nein, nein. Dann nicht. Dann nicht. Oh, nein! 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 Wir haben versagt, richtig. Nein! Guck in dir an, wer da oben steht. Guck in dir an, wer da oben steht. Schau an, wie... Das hast du davon. Avada Kedavra, mein Freund. Was machen wir jetzt mit den Roten? Jetzt werden wir die Foltern, Palle. Dafür, dass sie unseren Mann auseinandergenommen haben. Okay, aber ist das nicht sehr drastisch? Palle, es ist die Maßnahme, die jetzt ergriffen werden muss an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob ich das befürworten kann. Ich muss das jetzt befürworten. Erstmal bauen wir einen Shop ein, damit sie nie wieder die Möglichkeit haben, Items zu kaufen. So, bauen wir den Shop schön in Obsidian ein, damit sie nicht mehr dahin kommen. Der will flüchten! Was? Das geht so nicht. Wir brauchen hier eine richtige Prison-Insel, okay? Wir brauchen hier Prison-Break. Obsidian. So, guckst du dir an. So, und die werden jetzt hier erstmal eine schöne Zeit haben. Weil das, ganz ehrlich, Alter, das lasse ich mir nicht gefallen. Wenn sie nämlich hingehen und unseren Mate hier, unseren Boy umbringen, tun mir leid. Also da hört es irgendwo auf. Weißt du überhaupt noch, wie er heißt? Conny95. Ne, warte, deinen Namen werde ich niemals vergessen. Er hieß AlphaConny05. Ich muss gar nicht im Chat nachgucken. Ach, AlphaConny. AlphaConny, war eine geile Zeit. So, warte. Guck mal, die treuen uns auch noch. Siehst du das hier? Wieso? Die springen hier rum, als wäre das so... Hört mal auf jetzt hier. Ich habe den einen auf jeden Fall eingebaut. Der kommt hier nicht mehr raus. Sehr schön, sehr schön. Er dance aber ein bisschen. Warte, den kann ich hier einbauen? So, mit dem hier unten werde ich jetzt spielen mit dem Boy. Guck mal. Wo ist der andere? Wo ist er? Ah, hier. So, Palle, guck mal. Wollen wir ihn ertrinken lassen? Mag vielleicht drastisch klingen, aber bestimmt los. Wen nennst du den hier ein? Oh nein. Doch, doch, doch. Das geht schon. Das geht schon. Kann er da oben Luft holen? Kann er da Luft holen da oben? Ich weiß nicht. Oh. Hallo. Ich will das ja ertrinken. Hallo. Aber warum nicht Lava? Willst du ihn einfach mit Lava töten? Ne, weiß ich nicht. Ach komm, setzen wir. Wir setzen einfach mal. Ich glaube, der eine wollte hier fliehen. Ach nee, die haben ja auch keine Blöcke mehr. Komm, das passt schon so. Oh Gott. Ich wäre fast gestolpert. Alles gut. So, guck mal hier. Der Arme. Das ist natürlich auch eine Game Experience. Die kriegt man nur bei mir am Server. Das stimmt. Das ist ganz gut. Dementsprechend lohnt sich das auf jeden Fall. Hier unbedingt auch zu spielen, Leute. Also ganz ehrlich, solche Sachen erlebt ihr nur hier. Das stimmt. Überlegt euch mal. Die Admins machen sich sogar Mühe, euch den Spaß zu verderben. Ja. Warte mal. Komm mal kurz hier hin. Warte, hier. Ich baue das Gefängnis nochmal richtig schön ein. Oh nein. Palle, nein, bitte. Bitte nicht. Mann, wieso haben die nichts gemacht? Du kannst mich nicht verletzen, Palle. Du kannst mich nicht verletzen. Ich bin ein Gott. Mir gehört dieser Server. Okay. So, warte. Ja. Ist ein schönes Gefängnis. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Jetzt, jetzt. Was machen wir jetzt mit denen? Was machen wir jetzt mit denen? Ich habe keine Ahnung. Runter hier. Runter. Runter. So. Hä, was ist das denn hier auf der Insel? Was denn? Ja. Was? Nein, Palle, stopp. Oh, oh, oh. Ah, Palle. Nein, 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 nein. Palle, nein, nein, nein. Nein, du, Palle, nein, 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 Oh Gott, der eine hat sich runter. Wieso stürzt der eine sich runter? Okay, hallo. So, Palle, ich kann doch noch bauen, guck mal. Hey, nein! Auf Wiedersehen! Ja, wir haben verloren, Leute. Oh Mann. Extrem stabil auf jeden Fall. Das war eine richtig, richtig nice Runde, Leute. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, smacht gerne mal einen Like-Button da oben, wenn ihr mehr Hackbox wieder sehen wollt, Leute. Und schaut auf jeden Fall bei meinem Herrn Pete Dizzle vorbei, der Boy ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Also der Stege natürlich auch, lohnt sich definitiv. Kann man nicht anders sagen, Leute. Das war's mit dieser wunderschönen Runde, Hackbox. Ich würde mich sehr über Daumen nach oben freuen. Und das war's, meine Freunde. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüß Tschüß. Oh!